Wart, du darfst dich ja nicht auf dem Driver Seat sitzen, wenn ich hinten drin bin. Verblöde. Lol. Lol. Es waren ja schon mal zwei Räder dabei. Na? So, jetzt hole ich noch das dritte. Ich baue das gleich dran, glaube ich. Das Reifen. Ach, das bringt noch relativ nichts. Auch das selbe genug als das erste. Ja. Ich hoffe, kein Zombie erwischt mich jetzt, während ich den Reifen dran baue. Wäre primär Kacke. Ja. Da müssen wir noch die Engine-Parts... ... 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 ist auch noch am anus und also gelb und die engine ist auch schon gelb keine ahnung kannst du auf jeden fall reparieren ich weiß nicht ob wir etwas neues mitnehmen sollen oder einfach so lassen einfach so lassen oder was neues reicht ja ich habe schon gesehen du musst jetzt maps sagen und mir sagen wo ich lang fahren muss es in den konzern drücken das ist doch nicht so ich will erstmal sind wir nicht angezeigt auf der karte primär ist es die richtige richtung die ich fahre oder ja 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 die ganze zeit erst die straße entlang du fährst jetzt immer gerade aus der straße entlang und dann irgendwann hört die straße auf dann fährt man rechts baut auch ein bisschen okay ist das warte ich mach mal kurz kummer auf der ds map ob irgendwo in der nähe hier noch also im internet ob da irgendwo ein auto spawn ist kümmer zwei autos fahren ja ich finde es so geil wie schnell so die geschwindigkeit nachlässt wenn du auf so ein dingens auf auf dem rasen kommst ich darf hier nicht so durch prügeln er ist gefährlich die straße ist mir neu ich bin mir ziemlich sicher dass da nicht stehen stehen wird aber kommt der berg hoch so ist ein bus was da steht mit sicher bus du könntest mir sagen wo wir jetzt lang müssen weiter einfach auf der straße weiter weiter und dann hört sie auf die straße hat schon aufgehört ich fahre nur noch auf so einem waldweg ganz gut waldweg bis der waldweg aufhört kommen wir da durch nein wie kommen wir jetzt hier rum ja warte 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 pass mal nicht durch ja tut mir leid liebes auto ich bin mir nur nicht sicher ob wir dann den berg wieder hochkommen also klar wir jetzt ums hausruf fahren muss zwei autos und nehmen ja ja auf der straße da unten lang fahren ja das ist keine straße ist nur so eine gassenweg wie wir sagen ja perfekt die mündete vorne wieder in den stadt die straße wo wir rein wollen oder ja nicht ganz muss dann rechts fahren dann noch mal und dann links ok ok gas fährt er so langsam das ist kein grund für 20 in diesem spiel schon so jetzt rechts dann wieder links da oben links oder ist ich habe so scheiße angst dass ich irgendwo kaputt gefahren habe gerade ey ne ne so sagst du mir bescheid wenn ich falsch fahre ne mhm das ist echt extrem nervig ey wenn du aus der stadt raus bist geht es eigentlich ganz gut so ein bisschen drei zentimeter auf der stadt von der straße weg und schon zack langsam das ist halt wahrscheinlich nur selbst schutz damit du nicht irgendwo in so einem gemüsesee reinbretterst gemüsesee fahrrad die karte ist gerade gedriftet der jetzt ist schon relativ dunkel oh ich sehe nix ich sehe nix na danke nacht für sie perfekt er braucht das straße man er tue straße fahrt ist für anfänger es ist egal ob er war nicht schnell weg ist da niemand ja nicht weg vorankommen ich hoffe mal die folgen reichen über meinen geburtstag hinaus da bin ich nicht da 9. März mein geburtstag 8. März dieses jahr alter voll heftig ich fühl mich irgendwie voll alt darfst du darfst du gerne nicht alleine ein auto fahren sagst du wir fahren zu gamescon ja sowieso ich muss heute schon anfragen bekommen von so Sophie und Hanna ne kennst du ja rück mal äh ähm fester gamescon ich so nö äh ich so doch so wie fährst du denn ich so auto bis dahin bin ich 18 können wir mitfahren ich so nö das auto ist schon voll ich weiß noch nicht ob es voll ist Fabian du Marcel ich weiß nicht ob kokisch auch noch mit will der muss extra zahlen jetzt rechts 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 ok guck ich muss extra zahlen auf den letzten gamescon war sogar ja ich hab einfach aber wir übernachten da nicht oder übernachten wir da guck doch an willst du ja willst du zu normalen gamescon oder nur zum video day äh du kannst es gibt die gamescon läuft ja irgendwie vier Tage oder sowas ja ich weiß äh guck doch kommt drauf an ich würd nicht am letzten Tag kommen und nicht am eh ja der letzte Tag ist Video Day ne letzter Tag ist Video Day ne ich würd irgendwann da irgendwie zwisch mittendrin kommen so ok ja zweiter, dritter Tag ja dann dritter und vierter noch am Anfang weil äh ein bisschen für unsere Fans da aus richtig ist so ein Video Day aber wir sagen uns das nochmal genauer wenn wir die Karten gekauft haben so warte ja wir sind gleich gleich ja ja ich seh's schon weil von der Seite bin ich noch nie gekommen äh erst mal zur Militärbasis ne wir sind auch bisher nie von Ciano gekommen wir sind immer auf einen Vektor gekommen ey ist halt so ne ist halt so ne fahr'n wir ein bisschen durch die Pampa fahr'n wir ein bisschen durch die Pampa fahr'n wir ein bisschen durch die Pampa na wir verwüsten mal seinen Hinterhof wie weit stirbt Zombie wär natürlich jetzt geil gewesen wenn der auch so ne riesen Flugkurve gehabt hätte wie der letzte schöner Flug wow ist das Krit geruckelt ich dachte schon hey der schreit jetzt oooohh das ist eigentlich immer so das ist eigentlich immer so da das Licht da rein ja ja was haben wir denn da was ist denn da was ist denn da erstmal gucken ob das Auto hier ist ne welche Seite nimmst du links oder rechts ich nimm mal links ja ok nimm ich rechts ja ok nimm ich rechts ah nein unmächtig was denn ich blute hab ich dem Zombie gegeben nein ich darf dich nicht schon wieder verlieren ey alter willst du mal sterben scheiß Zombie danke ich kann dich gerade leider nicht ich kann dich gerade leider nicht bandellieren ja ohne ich bin tot na toll ja hammer bin ich alleine in Starisowo schlosser du musst dich schon wieder sterben das kann doch nicht sein ja toll ich war einschlag ohnmächtig ich hätte ihn nur nicht mal gesehen und war schon weg scheiß aufs Starisowo wieder nach hause fahren nach hause fahren ob es gespawnt ja halt ich könnte natürlich jetzt auch zum neuglichen Flugfeld fahren aber und ich bin in ich hab es krutoikab wo ist das denn oh ich will jetzt hier nochmal durch die Zelte gucken von der anderen Seite auf der anderen Seite von also bei Kamichouro auf der anderen Seite von Elektro krutoikab also normaler Weg nach Elektro oder was muss ich fahren mit der fiktig ich will jetzt nicht auch ohnmächtig werden das wäre primär ganz ungünstig los man steht hier mit dem Schild lol das ist ne Anzeigentafel die stehen aber schon länger da die war aber vorher noch nie da also dann hab ich die Anzeige da wenn es mal kaputt ist ja das ist da nicht so ein Schild von so Bild von so einem Typen drauf ich bin jetzt ein öfters laufen das war ein bisschen noch nie da guck mal ob da nicht auch irgendwo ein Auto begammelt auf nach Kamichouro ich bin schon on the way on the way Light on und Nachtsicht aus ok das sieht kacke aus Nachtsicht wieder on Light off ein bisschen hier Licht anmachen wenn ich was sehe wo ich hinfahre da ist ne Tor ne Tor da ist ne Tor da war ich wo